Ja, das hier ist eine ganz typische Standardaufgabe, wo irgendwelche Zahlen stehen und rational machen des Nenners betrieben wird. Die 10 plus 3i schreiben wir im Zähler ab. Im Nenner ist es vorteilhaft, noch die 2 auszuklammern. Nötig ist es nicht. Die Zahlen hier bleiben auch so klein, aber wenn die Zahlen groß werden, ist das eine gute Alternative. Und dann steht hier eine 2 minus i und ich erweitere das jetzt mit 2 plus i. Das ist konjugiert erweitert. So, was passiert jetzt im Zähler? Da habe ich erstmal stehen, 10 mal 2 sind 20. Dann stehen da plus 10i. Dann stehen da plus 6i. 3i mal 2. Und dann steht da plus 3i Quadrat. So, und was steht im Nenner? Da steht 2 mal x Quadrat plus y Quadrat und das ist 4 plus 1. Das ist also die Formel, die man sich ausgebendig gelernt hat. Ich wiederhole nochmal, z mal z quer. Das ist x Quadrat plus y Quadrat. Hatten wir bereits als Identität nachgewiesen. So, 20 und hinten steht eine minus 3, sind also eine 17. Und dann haben wir plus 16i. Und das Ganze wird geteilt durch 4 plus 1 sind 5, das sind 10. Und damit haben wir 1,7 plus 1,6i. Das wäre also das Endergebnis realteil 1,7, imaginärteil 1,6. Also nochmal zusammengefasst. Im Nenner die 2 ausgeklammert. Einmal konjugiert erweitert. Dann die Definition z mal z quer ist x Quadrat plus y Quadrat im Nenner angewendet. Im Zähler jedes Glied der einen Klammer mit jedem Glied der anderen Klammer multipliziert. Gucke ich gerade nochmal, ob ich das alles gut gemacht habe. i Quadrat gleich minus 1 ausgenutzt. Und die Zahlen, imaginären und reellen Zahlen zusammengefasst. Ja, das ist eigentlich alles, was da zu berücksichtigen ist.